Yo, herzlich willkommen zurück zu Max Payne und ja, wollen noch mal sehen, ich springe einfach mitten rein, ohne dass ich noch mal geguckt habe, wie es zuletzt weiter ging, was da passiert war. Einfach mitten rein in den Shit hier. Das fetzt für die Sorgen. Da war aber irgendwie eigentlich kaum noch einer, ne? Jemand, der sich selbst aus einer verschlossenen Zelle befreite und an mehreren bewaffneten Wachen vorbei entkam. Wieso musste ich nur wieder an Mona denken? Ich konnte nur hoffen, dass sie eine gute Spielerin war, die aufhören konnte, solange sie gewann, bevor sie dem Trio in die Quere kam. Geht die Post ab, ja? Aber so richtig? Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Das ist Marig. Junge, Junge. 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 Junge, Junge. Junge. R heures Loosen. Junge, olha. Sollte wohl mal die Waffe wechseln, wenn man die Muni ausgeht, wieder mal. Was für Schreie da im Hintergrund ist da grauenvoll. War ja klar, dass der mich umlietet, ne? War so klar. Jetzt wird er das aber nicht mehr tun, denk ich. Wow, 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 wow. Niemand geht hier irgendwo hin. Zu spät. Wenn er kommt, erledigen wir ihn. Und alle sollen natürlich den ganzen Ruhm ernten. Alter Schwede, ey. Was zur Hölle? Wups, wups, wups. Halt den Rand, Junge. Ja, dann kann man doch mal einen Painkiller springen lassen, oder? Boah. Jetzt ist aber Feierabend hier. Hörst du jetzt mal Ruhe ein bisschen, oder? Wie sieht's aus? Ach, ja. Der hat mich ziemlich hart erwischt, ne? Hm. Ich war meiner Meinung, das konnte man aufmachen, aber gut. Dann halt nicht. Da gehen sie alle drauf, die ganzen Painkiller. So, dann wollen wir mal gucken, was sich hier hinter verbirgt, ne? Aber hier gibt's ja jede Menge Painkiller, insofern haben wir ihn hier. Von Lisa Puccinello hieß es, dass sie so etwas wie eine Hexe war. Die Tarotkarten auf dem Küchentisch passten ins Bild. Gewöhnlich spiele ich mit anderen Karten, aber ich wollte einen Blick auf das Blatt werfen, das Mrs. Puccinello gegeben hatte. Die erste Karte war der Turm. Vielleicht sollte das das anwesend sein. Danach wurde es einfacher. Der Teufel war der Herr des Hauses, und ich war der Tod, der ihn holen kam. Hm. Da oder da lang? Achso, die ist eh zu. Ach komm, ich kill mich, geht ja nie anders hier. Das ist wieder so eine Stelle hier. Checker Vollstrecker hier. Man hat hier auch nie seine Ruhe, ne? Dann ist jetzt theoretisch die Tür hier auf. Ja, allerdings. Aber die hier auch, ne? Ne, ist sie nicht. Okay. Hätte ja sein können. Tja, dann geht's wohl nur noch hier weiter. Ich habe eigentlich immer wieder Bock auf so ein bisschen Schrot-Action hier. Junge. Ja, es ist wohl ganz gut hier immer in Bewegung zu bleiben, dann klappt das auch. Alles ganz nett. Ich spiele seine eigene Titelmusik, aber ziemlich schlecht. Ich spiele seine Titelmusik. tja hilft ja alles nix ist alles ganz gut machbar bislang painkiller gibt es immer im nachschub muss man den richtigen stellen speichern ja komm lernen wir zielen wieder eingesteckt hier ja genau boom hm machen wir denn das mal ja gibt es auch nicht das sieht ja schon besser aus und da kam ich jetzt zu und das ist offensichtlich dass wir einmal rumgelaufen sind und da und da und da und da Verdammene Axt. Okay, und was haben wir hier? Da kommen wir nicht rein. Die Tür sieht so ein bisschen brüchig aus. Gut, ich habe ja meine Granaten noch. Okay, eine. Boah. Keine Chance hier, das gibt es auch nicht. Gegen den Hagel hat man natürlich auch keine Chance hier. Was soll denn das? Kann nicht wahr sein, oder? Kommen die raus vielleicht? Scheint eher nicht so. Hm. 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 Was soll man denn das denn jetzt wieder machen hier? Hm. Hm. Und dann hänge ich fest, ne? Ja, da habe ich zumindest das Einen mit erwischt. Aber da war ich schon verreckt. Das funktioniert schon nicht. Das ist das. Ja. Okay. Das ist viel weniger, nur noch ein paar. Er ist nicht zu stoppen! Hiermit wird es gehen. Das hält alles auf. Denk so! Hm, sowas hab ich doch gehahnt. Wahrscheinlich niemanden damit erwischt, aber gut. Der ist schon mal weg. Oh, nicht eingesteckt hier. Das speichere ich lieber erstmal nicht mehr. Mhm. Oh, hey. Hab ich mich verjagt, ne? Kann nicht wahr sein. Er hat so einen netten Granatenapparat da, ne? Gucken, ob wir da was mit sowas hier reißen können. So kann man ja auch arbeiten, ne? So, ich mach dich noch weg hier. So, das können wir bespeichern. Das ist gut gelaufen. Ich beten, da kommt noch einer. Nee, erstmal nicht. Kein Killer-Nachschub, okay. Oh. Hm. Hm. Du bist mega ein Engel, Max. Ich konnte nicht genau sagen, ob es Mona oder ihre Schwester war. Es war eine riesen Sauerei. Okay. Der kranke Bastard hatte wirklich Spaß dabei gehabt. Da liegen zu sehen erinnerte mich an den Körper einer anderen Frau, der auf einem anderen Bett lag. Erinnerte mich an eine umgestürzte Wiege. Sie haben Gesellschaft. Ein bewaffneter Helikopter ist gerade auf dem Anwesen gelandet. Sie müssen sich beeilen. Je mehr, desto besser. Ja, man kann den Heli hören, ne? Oh. Boah. Boah. Das gibt's doch nicht. Oh. 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 Hören wir hier auf und bis zur nächsten Folge Max Payne. Helikopter noch ausklingen lassen. Bis dann.